Hallo und Herzlich Willkommen hier auf unserem Kanal. Wir sind hier draußen in der freien Natur und drehen zu Nikis Adventure, so heißt der Titel der Serie, die auf seinem eigenen Kanal jetzt läuft. Die dritte Folge haben wir gerade gedreht. Die erste Folge ist schon draußen. Genau. So wie das Video, wo ich sage, was ich alles auf meinem Kanal machen werde. Genau. Wird auf jeden Fall unheimlich spannend. Nicht nur Nikis Adventure kommt auf seinen Kanal, sondern auch Let's Plays werden da in Zukunft stattfinden. Sowas wie, wie heißt das mit der Katze? Cat Quest. Cat Quest. Cat Quest ist geil. Es läuft. Und auch andere tolle Sachen. Ich verlinke mal seinen Kanal in der Beschreibung. Und wenn ihr Lust habt, dann besucht ihn doch mal. Und ihr dürft natürlich auch gerne liken und abonnieren und kommentieren. Wenn es euch gefällt. Und ansonsten war es das schon, oder? Ja. Nur irgendwas? Okay. Das war's von uns. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.